Hallöchen, Popüchen, wie geht's? Wie steht's, ich bin's wieder, ihr Rivale, ja, warum so lange kein Mordhau, keine Zeit, okay, warum, äh, dieses Bildschirm, äh, dieses Bildschirm gut gedeutscht, ich hab mir gedacht, äh, ach komm, ich hab mal Bock auf eine Challenge, ich probier mal die einzelnen Standardprofile aus. Brigant, beschütze Jägers, mein Ritter, bla 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 bla, ein Match, äh, ein Soldat sozusagen, und ja, und dann, ja, mal gucken, level ich mal vielleicht meinen Charakter weiter, Mal schauen, und zwar, ja, ach ja, noch was, äh, ich werde bald in den Urlaub fliegen, das heißt, ich werde im Voraus aufnehmen, und gleich, mal schauen, werden die Folgen, alle zwei Tage, alle drei Tage, mal gucken, wie viele ich mache, äh, dann erscheinen. Uhrzeit, keine Ahnung, 15 Uhr vielleicht, ja, also, diesmal, Frontline, okay. Wow. Wow. Okay. Alright. Woah. Okay. Okay. changed, guys. What? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich nehme mal an, der wird sich relativ gut spielen. Mal schauen. Äh, okay. Spawn ganz hier hinten bitte. Und zwar. Wie kommt das so möglich? Ja. 5. Wie war das nochmal? Okay, Kurve abbrechen. Ewa? Okay. Ah ja. Flächen. Ah ja, was habe ich eigentlich für... Mensch, Mensch. Kurze Shirt. Ah. Okay. Okay, nochmal. Nein. Ach, das ist da zwei Händer, die ich hier habe. Okay. Gut. Da kann ja irgendwelche Sachen... Irgendwie, keine Ahnung. Zu Seite springen oder so. Nein. Ist er live? Ich weiß nicht. Dann... Oh. Oh. Der Feind ist ja aber ganz schön weit fortgeschritten hier. Oi, 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 oi. Was ist denn jetzt hier los? Das ist überall schlagende Dinger ein. Da scheint jemand zu kommen. Ah ja. Na zum Erden. Toll. Dankeschön. Das hat scheinbar jemand von hinten angeschossen. In meinen Läufen, Mensch. Mann. So, blankieren, blankieren. Komm her, du, komm her, du, Polise. Ja, nein. Komm, 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 komm. So. Ich weiß nicht, dass wir hier umzimmelt werden. Oh. Äh. Okay. Das ging ein bisschen zu schnell jetzt. Okay. Ah. Oh, dass er am Pferd. Ich kann schon wieder retten. Äh. Wie schnell kann ich eigentlich blocken? Boah. Was geht? Warum? Woher kommen die Bälle immer? Dann, ich werde die Bedanken heiligen gemeint. Äh, wenn es geht. Das war's für heute. Oh, was darfst du denn? Kannst du, oder was darfst du denn? Oh, ja, komm, 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 komm! Geil! So weit vorne, aber ok. Ist der... Kommt der, da ist, kommt der. Das ist der, da ist der... Ich denke, du, da... Ist der... Dann, dann. Was war das denn? Ah, die Dinger fliegen dann wieder, okay. Was war das denn, was war das denn, was war das denn? Okay. Na, wie schnell kann ich da dann blocken? Ah, wir haben den Dinger eingenommen, naja. Also. Ah, wo ist das Schwert? Hallo? Ah ja, das dauert ein bisschen. Okay. Okay. Ah ja, okay, das muss ich mitmachen. Okay. Okay, Okay. Oh, 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 die Mitch, oh, oh, der Herr hat, oh, alles ab Bern, alles ab Bern. Okay. Die Elbohr ist in diesem Gegner. Äh... Äh... Schützen! Heute ist die Spieltrakte, und die Leute, so wie gewohnt sind, lange Plätze, 70 Jahre, äh... Äh... Krieg ist weg, auch in einem Wodia, Es incentiviert Spawn! Äh, Spawn! Toll! Spawn! Ist eigentlich weiter da oben? Ich glaube schon, ne? Spawn! Äh, wie du? Mann! Sieht doch gerade so schön, aber naja... Schade, ich habe keine Ahnung, ne? Hallo? Ah, Mann! Ah, ich will nicht so laut, kein... Feiler, ne? Geil! Geil! Die Läge ist echt zu vorn. Da, ist jemand mit dem Katapult? Den Katapult machen wir weg. Mach ich weg? Hä? Ich könnte halt den schneller spielen abgehen. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wie schön der schneller, Mann. Und die nehmen mich noch nicht so so. Okay, jetzt aber nochmal. Also. Man, ich schaue wieder diese... Kein Wunder, dass wir immer verlieren. Jörg, das ist doch nicht so. Ach, keine Ahnung. Oh, ich bin ja Mütter. Das ist echt schwierig. Irgendwie muss ich doppelt gesteckt werden. So. Match läuft schon zwölf Minuten. Ja, ich hab das vorhin noch. Äh, das kriegen wir noch hin. Wer sagt denn hier? Dorker Pro... Oh, das war knapp. Was hätte bei mir in den Kopf geschossen? Na, Trial. Was ist jetzt bei Lister? Ich weiß nicht genau, wo es bei Lister ist, aber... Oh, du Schmoniker. Das ist hier eine Challenge, Mensch. Hä? Ach, Mann. Und wo? Rechts? 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 Ich versuche nicht. Dahin wie passiert, nicht? Das war so. Ich versuche nicht zu. Ich versuche nicht zu. Ich versuche nicht zu. TEPEN Ich versuche nicht zu. Ich versuche nicht zu. Das war's. Jawohl! Hä? Oh, dieser Reißpferd! Haben wir hier ein Pferd? Nein, haben wir nicht. Da, heute der! Wie sollen die Pferde ein bisschen besser kennzeichnen? Ah, schade zu spät. Nicht geschafft, naja. Ah, die nehmen ihn wieder ein. Das ist der Roten, okay? Da, der Roten Reiter. Der Roten Reiter. Der Roten Reiter. Der Roten Reiter. Und nicht schon wieder. Die sollen ihn überhaupt gewinnen, wenn die die ganze Zeit hier Steilchen auf uns schmeißen. So. Nur 3-4-Stück. Ey, Alter! Ich finde, man sollte irgend das blocken können. Ja! Ich bin der Roten Reiter, ich bin der Roten Reiter! Ja! Ich bin der Roten Reiter! Da, ich bin der Roten Reiter! Ich bin der Roten Reiter. Was kommt da? Eine Sekunde noch nicht hingeschaut. Das Spiel kommt von mir. Um Strukturen hinterzureißen, jemand platzieren muss. Ich bin nicht hier. 10 Minuten. Ah, warte. Das wird eigentlich sauber schon. Wo? Ein Bieder. Na obwohl, könnte knapp werden. Ich guck, ich hab hier bleiben. Also hat er einen geliebenden pasta. Wo? Ich kann mich nicht machen. Ich kann mich nicht, Emmen Biodato. Ich kann mich nicht,formed ich ja. Hast du aus? Ich kann dich nicht, wifiißen, oder? Mais Arbeits Rapist. Oh, da einpump, da einpump, da einpump, da einpump So, schnell Da, das ist ja einpump, da Oh, da einpump Kann ich endlich probieren, dass er mit Abbrechen und doch mal schlagen? Nein. Och mein. Na gut, das wird der Brigandier, ich bin Vorletzter, das ist schön. Na ja, ja, okay. Dann würde ich sagen, hat 20 Minuten, okay. Das wird der Brigandier, das hat relativ gut geklappt. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.